Trägelwang Trägelwang Trägelwang, ein Ort der Begegnung. Trägelwang Schon bei den beiden Einfahrten nach Trägelwang wird man mit einem freundlichen Grüßgott empfangen. Trägelwang, die kleine Ortschaft, ist eingebettet in ein Landschaftsschutzgebiet im Palten-Liesingtal. 1265 wurde der Ort erstmals urkundlich erwähnt und bietet heute seinen Bewohnern und Gästen einen wertvollen Lebensraum in natürlicher Umgebung. Unter dem Motto, nicht daheim und doch zu Hause, fühlt man sich in Trägelwang immer willkommen. Ein Höhepunkt eines Besuchs in Trägelwang ist immer der kulinarische Aspekt. Ob bei bodenständiger Hausmannskost oder bei kulinarischen Köstlichkeiten, unsere Gastwirte sind immer bemüht, ihren Gaumen in jeder Hinsicht zu verwöhnen. Nehmen Sie sich Zeit und verkosten Sie die hochwertigen Edelbrände bei Familie Grabenhofer, bevor Sie einen Rundgang durch den Ort unternehmen. Verweilen Sie am neu gestalteten Dorfplatz vor dem Gemeindehaus am Dorfbrunnen mit dem schönen Blumenschmuck. Bei einem Besuch in Trägelwang sollten Sie die Wanderschuhe nicht vergessen. Um die herrlichen Ausblicke weit ins Paltental genießen zu können, wandern Sie auf der Sonnenseite hinauf in Richtung Wasserfall vorbei an entlegenen, schön gepflegten Bauernhöfen. Die Wanderung führt Sie an einer Gedenkkapelle vorbei, die Sie zu einer kleinen Andacht einlädt. Spazieren Sie der Bergstraße entlang, vergessen Sie nicht eine Pause einzuplanen, um die schöne Natur um sich herum wahrzunehmen. Sich zu entspannen und zu erholen, nämlich vom Stress des Alltags. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020